Haben Sie sich schon mal gefragt, woher unser Wasser kommt? Und wie wertvoll es für unser Leben ist? Wer sorgt eigentlich für perfektes Wasser bei mir zu Hause? Wer nimmt den Kalk aus dem Wasser, damit meine Dusche sauber bleibt und verwandelt es in seidenweiches Perlwasser für zarte Haut und glänzendes Haar? Wer sorgt für volles Aroma und perfekte Crema meines Kaffees? Wer mineralisiert mein Wasser mit Magnesium für die Vitalität, die ich Tag für Tag brauche? Wer sorgt für klinisch reines Wasser, wo es am wichtigsten ist? Wer garantiert mir reines, seidenweiches Wasser in meinem Pool? Wer schützt meine Hausinstallation und hilft, dass mein Trinkwasser hygienisch sauber bleibt? Und wer kümmert sich darum, dass meine Heizung einwandfrei funktioniert und ich wohlige Wärme sorgenfrei genießen kann? BWT macht das. Für mich. BWT. For you and Planet Blue.